der jahresrückblick was machen wir da der jahresrückblick ist für uns bei den gratis v news schwierig weil wir unbedingt allen gerecht werden möchten weil wir aber auch nicht von allen gleichermaßen material bekommen deswegen wollen wir uns für diesen ersten jahresrückblick daran bedienen was wir an protokollen zeitungsartikeln und informationen von den abteilungsleitern so im bereich der presse bekommen haben das jahr war schwierig keine frage zeit dem ausbruch der pandemie gab es kein einfaches jahr aber wir haben im verein einiges auf die beine gestellt und um diese arbeit auch noch mal hier auf dieser plattform zu würdigen finde ich dass ein jahresrückblick finden wir dass ein jahresrückblick mehr als angemessen ist die zeit ist schwierig trotzdem kriegen wir was geschafft und hier ist der beweis im folgenden präsentieren wir in einer ganz einfachen slideshow achievements also errungenschaften erfolge und einfach auch was im verein abgelaufen ist der einzelnen abteilung wir hätten wir in der fläche mehr so dasselbe ist aber wir haben die habsen wir uns für die eine sehr sehr große 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 Amen. 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 Amen.